So, Fake Nummer 2. Ich meine, wir könnten mal... Wo ist denn das MG eigentlich drin, wenn wir in MG spielen? Ist das bei der... Assault? Gibt es keine MGs im Competitive? Kann das sein? Du hast hier keine Competitives drin in der Klasse? Du hast bei den Langklassen keine drin? Oder als Scharfschütze denke ich auch nicht. Oh, interessant. Wusste ich auch gar nicht. Ich meine, okay, auf der Seite spielt ihr die MK14 Mod, mit denen bin ich eigentlich sehr zufrieden. Aber wie gesagt, wir müssen gleich auf Terroristenseite mal eine Waffe finden, die irgendwie in die Richtung geht. Können wir ja vielleicht mal die Stats angucken. Kaliber ist relativ hoch, Wecoil ist relativ gering. Ich versuche, Muskaia irgendwie was zu finden, was so ungefähr in die Richtung geht. Von dem Kram. Hier reden die Leute sogar mal. In Deutsch. Ich habe mich zugehört, was die machen. Ich habe mich zugehört, in der ich mit bei mir lebe, weil jetzt geht es rein. Ich habe nicht sohn. Apple Juice, Rape Juice, Juice. Ich habe es nicht sohn. Ich habe es nicht sohn, Leute. Du achst? Ich habe es nicht sohn. Ich habe es nicht sohn. Du achst. Ja, ich matcher Grüße. Was ich? Oh mein Gott, das ist gut. Oh mein Gott, das ist gut. Okay, ich bin hier, glaube ich, ziemlich im Arsch. Da stehen nämlich welche auf der... Ich bin hier ziemlich im Arsch. Oh ja, ich bin ziemlich tot. Oh, ich bin ziemlich tot. Du schlägst halt auf der Brücke, ey. Okay, diesmal langsam. Die haben mich echt verwirrt. Der Typ mit seinem Juice. Wollen wir da reinrennen, ey. Oh, ne, scheiße, ey. Ego sie. Okay, two go, Charlie. Two, one. Mal gucken, ob ich sie eingenommen bekomme. That's fucking sexist, ey. Oh my god. Wurde er jetzt schon abgeknallt? Ich hab keine Ahnung. Okay, die sind schon an C dran. So ein bisschen zu großem Bogen gelaufen. Aber ich wollte auch nicht direkt wieder da vorne facen, ey. Okay, wir haben C. Ja, ich muss nochmal hier weg. Sind die auf C? What the fuck? I think you can hook Charlie. Oh, der war so weit weg. Das war einfach nur lucky. Ich hab da einfach reingesprayt. Ich hab nur so'n kleinen Kopf gesehen. Ein Pixel. Nice, Mr. A. Das sind nette Leute hier. Er hat mir, glaub ich, besser gefallen, als die Leute vorhin, die einfach nicht geredet haben. Ich hab mal das selber, wie er schon sagt, dass wir zu 2-10 gehen. Letztens mal standen die hier oben und haben gesnipet. Das ist halt ganz gerne, dass die Leute hier hinten rumstehen und dann davon hier auf C, auf B snipen. Er läuft doch immer sofort vorne ran, ey. Ich laufe eigentlich immer lieber hier den Bogen von hinten. Oh, das kann ja keiner... Oh, hä? What the fuck was that? You just enter there and die? Oh, what the fuck? All good. Das war lucky, aber all good. Ich hab's noch mal zu zäh. Ich mein, es funktioniert. Ich mach's einfach weiter. So lang, bis es nicht mehr funktioniert. Jetzt hat mich auch noch keiner abgefangen, von daher. Bin mal gespannt. Kann gut sein, dass jetzt mal jemand auf die Idee kommt und sich da hinstellt. Ich mein, jetzt stand schon jemand in C. Was hat sich noch keiner auf die Mühe gemacht, irgendwie uns abzufangen, nach C zu laufen. Okay, wir sind in C. 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 I'm dead again. Ich kann nicht sehen, ob wir sind in den Sk. Ich kriege halt irgendwie Paranoia. Wenn wir eigentlich zurückziehen, ein bisschen warten. Wenn wir jetzt gleich hinkommen und C einnehmen wollen, kann ich sie versuchen davon abzuhalten. Das ist so der Plan. Scheiße, ich hab ihn nur angeschossen, ne? Scheiße, ich hab ihn nur angeschossen, dass ich mich nicht schocken habe, wenn ich mich nicht schocken habe. Dude, ich bin schocken, dass ich mich nicht schocken habe, wenn ich mich nicht schocken habe. Hey, ist... Ist jemand da draußen? Was soll ich denn da machen? B-Pushen wie ein Wahnsinniger? Okay, wir sind in C. Bravo. Ja, verdammt. Timing. Was soll ich da machen? Mein Team stirbt und stirbt. Ich hab sie extra nochmal gerätzt, als ich C eingenommen habe, aber sie haben es nicht... Okay, ich will C. I tried. Moin, SWAT. Ähm, ja. Ich muss jetzt, wie gesagt, eine Waffe finden. Die ein bisschen in die Richtung geht. Ich mein, die Alpha-AK geht von den Stats in die Richtung. Irgendwie fühlst du dich kacke an. Ich komm mit dir nicht klar. Ich versuch mal die 74 mit einem Grobbar-Visier. 2A, 2B. 2A, 2B, okay. Okay, I go A. I go 2A. Kann ich da noch was... Oh nein, der Vorgang ist so doll. Ich bin ja blind, ey. Was war das? 2A, 2B? Ich glaub, ja. Ich glaub, die wollen es hier nicht dürfen. B hab ich eigentlich keine Lust drauf, weil B super offen ist, da ranzukommen. Ist ein super... Gammel. Ich hab ne Frag, ne? Ich hab ne Frag. Waaah. Ich hab ne Frag, ne? Ich hab ne Frag, ne? Ich hab ne Frag, ne? Das ist so super offen hier, super unangenehm. Aber ich find's von der Seite wenigstens besser zu halten, als von der anderen Seite. Ich hab auch keinen Bock mehr in dieses Haus reinzugehen. Ist jedes Mal mein Tod. Ne Frag, ne Frag, ne? Wenn ich so viel quatschen würde, könnte man auch besser hören. Wir sind immer am quatschen und immer am kommentieren, wie du spielst und sonst was, aber alle sofort am wegsterben. Die Mates hab ich echt gern. Ich würd auch gar nicht erst kommentieren, ey. Wie genervt die doch mal gleich antworten, ey. Ah! Oh, das ist so... Okay, I'm at B. Darauf hab ich eigentlich nur gewartet. Kommt noch was von hier, oder? Nein, da ist noch einer! Underbridge. Ah, shit, Alter. Ich hab mir gedacht, dass da noch einer unter der Brücke sein müsste, aber der hat sofort in meine Richtung geguckt. Scheiter, Alter. Ich hab ein bisschen potato bei dem ersten. Egal. Ah! Papapapapapapa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Oh, oh, oh! Okay, okay. Okay, kann man machen. Ich glaube, dass das da unten einnimmt, ist viel geiler als oben einnimmt. Ich weiß gar nicht, dass du das Ding unter der Brücke auch einnehmen kannst. Gut zu wissen. Oh, nice. Nice. Ruhe. Die Leute, die mad werden, ich meine, das ist nur ein Videospiel. Ich meine, kann man auch mal verlieren. Und wir sind nicht immer wirklich am verlieren. Ich meine, ja okay, mittlerweile jetzt schon. Okay. Lass mal irgendwas machen. Lass nicht B zu B gehen, das ist dimmig, das funktioniert nicht. Ich glaube, ich gehe zu A. Nein, C pushen die nicht. C ist scheißegal. B ist einfach immer überlaufen. Lass mal zu A gehen. Oh, ist ziemlich offen. Ich weiß nicht genau, ob die hier links außen überhaupt gucken. Beruhig dich, beruhig dich, beruhig dich. Okay. Von wo? Von wo? Jesus, Alter. Okay, er will da langlaufen. Okay, ich gebe dir Deckung, wenn du willst. Aber ich habe keine Ahnung, von wo der genau geschossen hat. Das war creepy. Das ist ziemlich offen hier. Egal. Ich schätze mal eh nicht, dass er hier rumläuft. Da habe ich mir schon gedacht, dass der gar nicht herkommt. Weil der wahrscheinlich irgendwo anders rumgegömmelt hat. Das war eine gute Runde. Das war mal eine gute Runde. Auch wenn ich nicht viel gemacht habe. Aber ich habe auch B ignoriert. Dann hat es irgendwie deutlich besser funktioniert. Hat der mich Team-Attack deswegen? Weil ich sehe jetzt gerade erst im Team-Chat, dass jemand mich Team-Attackte. Genau. Ich habe ihn gemutet. Vielleicht wollte er auch irgendwas von mir, aber ich glaube, okay. Wer aber sich nicht benehmen kann im Internet, dann darf man auch nicht erwarten, dass die Leute einem zuhören. Echt nicht. Der Ton macht die Musik. Na, rüber da. Rüber da! Ich komme noch nicht rüber. Jetzt. Gut, dass wir nicht erster da waren. Das ist gut. Das ist gut. Na, ich dachte, ich komme da noch runter. Scheiße. Ich dachte, ich habe das Ding sofort im Auge gehabt. Das ist aber auch blöd. Das ist so ein dummer Chokepoint da, diese dumme Wand. Wie kommt man überhaupt gescheit zu A? Ist das nur dieser eine Weg, der da durchgeht? Oder durch die Mitte? Ja, gut, dass ich nicht über die Mauer gekommen bin. Ja, das ist richtig. Das wäre ich in die Granate wahrscheinlich reingelaufen. Oh. Ich bin bitten. Na, ich sagte jetzt nichts zu. Fuck. Ich meine, du kommst ziemlich schnell zu A. Aber wenn das halt irgendjemand hinten im Blick hat, diesen Gang da, bist du echt im Arsch. Geht auch nicht nochmal lang. Ich will mal meinen Dote out. Ich meine, die Frag benutze ich eh nicht so viel. Ich gebe mir lieber mal einen Smoke. Ich will noch eine Pistole. Ich will an die Kosten nichts sagen. Ich weiß auch nicht, wofür wir die wirklich brauchen. Was ist jetzt schon die komplette Runde? Ich meine, die haben fünf. Ja, die sind fünf im Vorsprung. Ich glaube, das war es. Scheit. Scheit, scheit, scheit. Ich meine, war ganz nett, aber ja, ist vorbei. Ah. Auf der anderen Seite war es halt wirklich schwer. Es war eigentlich nicht wirklich genau gut, da ranzukommen, was ein bisschen doof ist. Aber naja, geh, 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 geh. Eigentlich im Grunde genommen hat es Spaß gemacht, ey. Ich kann mich nicht beschweren. Das ist ja das, was zählt. Ich记 balls, geh, 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 geh. Vielen Dank.